Musik 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 Gleich geht sie los, unsere Live-Sendung. Wir senden vom 33. Deutschen Logistikkongress in Berlin. Das Team der Intelligenten Welt berichtet in mehreren Sondersendungen über Digitalisierung und digitale Innovationen in der Logistik. Direkt aus unserem Studio vom Kongress. Zu Gast bei Rio senden wir live vom 33. Deutschen Logistikkongress in Kooperation mit der Bundesvereinigung Logistik e.V. und mit freundlicher Unterstützung von TollCollect. Am Morgen als Service ein Talk mit spannenden Gästen. Unser Thema Rückblick und Ausblick auf den vergangenen und den kommenden Kongresstag. Und am Nachmittag das Innovationsmagazin mit Geschichten und Gesprächspartnern vom Kongress und darüber hinaus. Denn wir wollen zeigen, was die Branche bewegt in Sachen Digitalisierung. Und auf dem 33. Deutschen Logistikkongress finden wir dazu die richtigen Experten. Stellen innovative Projekte vom Ausstellungsbereich des Kongresses vor. Und zeigen Filme, Impressionen und Interviews. Beim folgenden Livestream haben natürlich auch die Zuschauer die Möglichkeit, sich live bei uns in Facebook einzubringen und auszutauschen. Unsere Bitte dazu, Fragen und Kommentare ins Studio, bitte direkt auf der Facebook-Seite der Intelligenten Welt stellen, damit nichts verloren geht. Beantwortet wird während der Sendung möglichst vieles. Auch wenn es manchmal ein bisschen dauern kann. Bitte einfach ein wenig Geduld mitbringen. Gemeinsam mit der Unterstützung dieser Partner berichten wir nun über die drei Kongresstage. Wir wünschen gute Information. Und wir freuen uns über Kommentare, Fragen, Anregungen und besonders über das Teilen der Sendung, die jetzt startet. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zu unserem Rio Innovationsmagazin. Zur ersten Ausgabe hier live vom Deutschen Logistikkongress, dem 33., um ganz genau zu sein. Wir sind zu Gast mit unserem Studio hier bei Rio. Das ist ein Anbieter für eine Plattform, eine neutrale Plattform für unterschiedliche Teilnehmer in der Logistikbranche. Und wir haben für Sie Gesprächsgäste, wir haben Geschichten vor und hinter den Kulissen dieses Logistikkongresses. Fragen bitte bei uns auf der Facebook-Seite stellen, also auf der Facebook-Seite von Intelligente Welt, denn dort können wir sie nur sehen. An den anderen Seiten geht das leider nicht. Also darum bitte dort die Fragen stellen. Wir versuchen dann entweder in der Sendung oder unmittelbar danach per Kommentar zu beantworten, was möglich ist. Dieser Kongress ist besonders wichtig, denn es geht um ein ganz großes Thema. Es geht um die digitale Transformation in der Logistikbranche. Eine Herkulesaufgabe und auch oft eine Sisyphus-Arbeit, wie ich heute von einigen Vortragenden gelernt habe. Ja, und die Kollegen von der BVL, von der Bundesvereinigung Logistik, die haben heute einen ihrer Geschäftsführer, den Vorsitzenden Geschäftsführer der BVL befragt, zu dem Thema Thomas Wimmer. Und der hat zum Thema digitaler Wandel Folgendes gesagt. Naja, im Moment stehen wir in einer digitalen Transformation. Jeder fragt sich, oh Gott, trifft mich das auch? Ist das mein Thema? Wir hatten vorhin den Scherz, Sie können diese Szene nur einmal drehen, weil dann das Band alle ist. Und das war eben vor ein paar Jahren so, heute ist das alles irgendwie anders. Und das vollzieht sich in der Wirtschaft. Und das müsste man sehr sensibel nachvollziehen. Und ich glaube, da sind wir dabei, diese Themen anzupacken, sehr konkret zu machen. Wir haben tolle Beispiele. Lkw-Hersteller, die sich zu einer Transportplattform wandeln. Wir haben Anwendungen rund um Lehrgutsteuerung, von denen niemand früher gedacht hätte, dass sie möglich sind. Mit Expertensystemen gekoppelt und mit Big Data Auswertungen. Und da kommen dann plötzlich ganz interessante neue Berufsbilder raus. Und diesen Wandel wollen wir darstellen. Diesen Wandel, der soll hier dargestellt werden. Das funktioniert auch. Aber es gibt auch das eine oder andere kleine Drama bei dem Versuch der Darstellung. Also hier haben wir ein Drama von gestern Abend bei den Schweizer Kollegen. Das sah so aus. Wie läuft es hier? So ein bisschen aufgeregt, bevor es losgeht? Nicht wirklich, aber ich war ein bisschen, bin ins Schwitzen gekommen. Was ist passiert? Ja, wir hatten etwa fünf Stunden keinen Strom. Und mit einem Roboter ist es natürlich nicht so gut. Testen und so weiter war nicht drin bis jetzt. Der Kollege kam also ins Schwitzen. Wir haben uns dafür entschieden, bei nächster Gelegenheit nochmal nachzugucken, wie es den Kollegen von Swisslock denn gegangen ist. Und wir werden auch versuchen, natürlich einen von Ihnen herzuholen, damit die uns erzählen, was sie eigentlich dort mit dem, was sie da aufgebaut haben, wirklich machen. Denn ich habe gesehen, da sind Biergläser und ein Roboterarm. Und ich weiß es nicht genau, schenkt der Bier aus? Spült er die Gläser? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es rausfinden, auch für Sie. Und werden Sie natürlich auch an dieser Information dann teilhaben lassen. Also wir werden die Kollegen einladen. Mal gucken, ob sie kommen. Und damit kann, ich habe schon gesagt, es geht um die Daten. Das ist das alles Entscheidende hier auf diesem Kongress. Das wurde heute Morgen in den Vorträgen, in den ersten Keynotes völlig klar. Die Daten sind das Um- und Auf, das Ein- und Alles. Das, was alle brauchen und alle haben wollen. Darum haben wir auch gesagt, okay, Daten sind wichtig. Denn auch an anderer Stelle schwärmt man, sobald man über Big Data redet, sobald man darüber spricht, dass verschiedene Systeme, gar verschiedene Netze miteinander verbunden werden sollen über die Daten, dann kriegen die Augen Glanz der Experten. Dann geht es ganz doll ab, was die Fantasie betrifft. Also zum Beispiel auch so hier bei einem Kollegen, Markus Hofmann. Er ist Leiter Infrastruktur und Energie im Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel. Und der hat uns auf der InnoTrans das erzählt. Und wir gehen in das Zeitalter der transformativen Netze. Hier steht Big Data. Ich liebe eigentlich den Begriff Smart Data noch mehr, weil Massen an Daten hilft noch nicht. Es kommt auf die Algorithmen und die Intelligenz dahinter an. Das ermöglicht völlig neue Kooperationen zwischen Herstellern, Anbietern, öffentlicher Hand und den Kunden. Weil die Share-Economy wird den Kunden als Prosumer integrieren. Einfach mal drei Beispiele. Ich will hier gar nicht eingehen auf die einzelnen Dinge. Aber natürlich erwarten wir eine Echtzeitbegleitung während der Reisekette. Heute früh, als ich an den Bahnhof kam, war der Fußgängerübergang, den ich sonst nutze, abgerissen. Passiert nicht häufig, aber immer im falschen Augenblick. Automatisierte Prozesse in Personen- und im Güterverkehr, autonomes Fahren und jetzt komme ich auf die Energienetze, Mobility to Grid. Die Elektroautos können als Energiespeicher genutzt werden und auch die Lokomotiven können nicht nur speichern, sondern so eine Lokomotive verbraucht ja fast so viel Strom wie eine Kleinstadt. Die können auch Energie rückspeisen. Ich kann Güterverkehre kostenlos fahren, wenn sozusagen die Energie im Überfluss produziert wird. Und Energie wird teurer, wenn sie knapp ist und die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Also alle wollen Daten, wollen tolle Sachen mit den Daten machen. Und darum haben wir gesagt, wir machen heute in der Sendung auch einen Schwerpunkt rund um das Thema Daten. Denn die scheinen wirklich der Rohstoff für das nächste Jahrhundert, wenn nicht gar Jahrtausend zu werden. Das wurde heute Morgen auch gesagt. Herr Drees von MAN hat es gesagt und viele andere haben es bestätigt. Hier tut sich richtig was. Und unsere Aufgabe ist, ein bisschen rauszufinden, wie leicht oder wie schwierig wird das denn mit den Daten. Einer, der nun seit 30 Jahren in dieser Branche unterwegs ist und wirklich vieles gesehen hat, den habe ich heute Morgen hier an diesem Platz zum Interview getroffen. Christian Berner erzählt uns, warum er denkt, dass in Zukunft die Daten wirklich entscheidend werden, aber wo es auch die Probleme gibt, wenn es darum geht, den Spagat zwischen Datenschatz und Datenschutz auf die Reihe zu kriegen. Er war heute Morgen bei uns und das war das Interview mit ihm. Um ehrlich zu sein bei meinem nächsten Gast, fällt es mir sehr schwer zu sagen, was er eigentlich auf so einer Bauchbinde haben sollte, weil er hat so viele Funktionen, die er immer noch ausführt, die er noch macht, dass es praktisch ein eigener kleiner Film wäre, weil man nur die Funktionen darstellen wollte. Also haben wir gesagt, wir konzentrieren uns auf die eine, die ihn zum Experten macht, denn Experte ist der, weil er so viel macht, aber er ist ein neutraler Experte, denn er ist dem Vorstand, Mitglied des Vorstandes der BVL. Insofern begrüße ich jetzt bei mir Christian Berner. Herzlich Willkommen. Vielen Dank. Herr Berner, wenn ich mir nur so zwei, drei Stationen raussuche Ihres Weges, dann fallen Namen wie Eurokai, Kühn und Nagel, Leckerland. Sie sind seit mehr als 30 Jahren dabei. Wo sehen Sie die Meilensteine auf dem Weg zur digitalen Logistik der Zukunft, die Sie selbst in dieser Zeit erlebt haben? Ich glaube schon, dass man nachvollziehen kann, was jeder für sich auch sieht, nämlich, dass alle Prozesse, die wir in den Unternehmen haben, inzwischen eigentlich durch die IT determiniert werden. Es ist nicht mehr so, dass der Prozess von der Physis her kommt, dass wir die Ware von A nach B stellen müssen, sondern eigentlich, dass alle diese Materialflüsse, die wir in den Unternehmen haben, ob Handel oder Dienstleistung, was auch immer, dass sie alle determiniert werden von der, ich sage jetzt mal, Informationslogistik, weil der Datenfluss ist eigentlich relevant für alles, was sich dann in der Physis abspielt. Das konnte man schon lange sehen und das wird jetzt natürlich immer weitergehen, weil eigentlich die Supply Chain in der IT abgebildet werden muss. Haben Sie denn, immer wenn es soweit war, erkannt, dass da jetzt ein Meilenstein ist? Hinterher ist man ja immer schlauer, aber wie klug waren Sie in der jeweiligen Zeit, wenn etwas Neues kam, zu erkennen, das ist wirklich wichtig? Naja, es geht ja einerseits oder eigentlich immer darum, um wirtschaftliche Ergebnisse und deswegen haben wir auch an bestimmten Stellen bestimmte IT-Systeme eingesetzt, um noch effizienter zu sein, besser zu sein, in der Qualitätssteuerung besser zu sein, weniger Fehler zu machen und all diese Themen zu bedienen. Es geht um wirtschaftliche Ergebnisse dabei und das war natürlich immer bestimmend für unser Handeln in den Unternehmen. Am Schluss aber, muss man sagen, drehte sich ja das auch etwas und das ist auch heute noch der Fall. Es kommt nämlich von der Nachfrage her. Die Nachfrageseite sagt heute, was man wissen will, zum Beispiel über die Qualität der Ware oder über die Herkunft der Ware oder ob da Kinderarbeit in Fernost beteiligt war. Und all diese Themen, Tracking and Tracing, werden eigentlich gesteuert oder entstehen eigentlich vermehrt beim Verbraucher oder eben an letzter Stelle der Supply Chain. Wann war der Moment, können Sie sich daran erinnern, wo Sie sagten, wow, jetzt dreht sich alles sehr viel mehr als vorher? Das kann man nicht sagen und ich glaube auch, das wird man auch in der nächsten Zeit noch nicht sagen können. Was man ja feststellen kann, ist diese gesamte technologische Entwicklung über die letzten 50 Jahre oder 100 Jahre, nämlich ein Beschleunigungsprozess. Jede nächste Stufe ist schneller wieder da, als die letzte gebraucht hat für die Entwicklung und das gilt auch weiterhin, das gilt auch jetzt. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht sagen, auch industrielle Revolution, Industrie 2.0, Industrie 3.0, Industrie 4.0, ja wann ist das eigentlich und wann ist das vollendet? Und dann gibt es dann die nächste, das glaube ich nicht, sondern es gibt einen Prozess, der beschleunigt sich und daran müssen sich alle Unternehmen relativ schnell sozusagen anschließen oder First Mover sein und nicht nur Fast Follower. Sie haben in unserem Vorgespräch erzählt, dass Sie denken, dass die Arbeit, um die es geht, sich gar nicht so sehr verändert hat, dass das, was man macht, eigentlich noch immer ziemlich gleich geblieben ist, aber dass die Daten jetzt den Unterschied machen, diese neuen, schnellen Daten. Was genau ist dieser entscheidende Unterschied auf dem Weg von gestern nach morgen, den die Daten machen für die Logistikbranche? Also der Datenprozess ist eigentlich derjenige, der alles beschleunigt, sicherer macht, effizienter macht und so weiter. Und das bedeutet, nehmen wir mal ein Auto, ich fahre ein SUV von Mercedes, gebaut in den USA. Ich glaube, wir werden demnächst irgendwann feststellen, Sie können als Endverbraucher Ihre Konfiguration dieses Fahrzeuges, obwohl es in den USA gebaut wird, drei Tage vor Produktionsbeginn noch ändern. Und dann gibt es M2M, dass es Maschinen gibt, die das anstoßen, die Lieferanten sind angebunden. Ich habe mit einer ganz kleinen Anweisung, nämlich ich möchte ein Schiebedach zusätzlich haben, so und so viele Lieferanten in den USA mit angestoßen. Und dann gibt es ein ganzes Netzwerk von Daten, was am Ende dazu führt, dass sich zu einem bestimmten Tag, der vorher definiert ist, das ist alles vorher definiert, aber alle Spieler in dieser Supply Chain, also auch der Seefrachtcarrier, also auch die Zollabteilungen, der Lkw-Verkehr und so weiter, müssen eingebunden sein. Und das ist die hohe Komplexität, die auf uns zukommt, damit ich am Ende wirklich diese Prognosesicherheit habe, diese hohe Effizienz habe, den besseren Servicegrad habe und so weiter. Aber eine Bedingung besteht natürlich und das ist, glaube ich, Industrie 4.0 und das ist auch, glaube ich, die wirkliche Digitalisierung, nämlich, dass alle mitspielen. Alle müssen dieses System bedienen. Wenn einer draußen ist, können sie eigentlich nicht mehr ihre Supply Chain vollständig abbilden und damit den hohen Servicegrad, die hohe Effizienz, hohe Qualität auch sicherstellen. Ich will ein anderes Beispiel geben. Ekes Granini kauft seine Orangen in Brasilien einmal im Jahr und dann kommen die peu à peu rüber. Wie kommen die denn? In welchem Zustand? Welche Qualität haben die Orangen während des Transportes? Welche Temperatur? Welche Luftfeuchtigkeit und so weiter? Am Ende möchte ich bei mir ein hohes C trinken und ich möchte einscannen können und dann weiß ich, aus welcher Region in Brasilien diese Orangen gekommen sind. Und das kommt so. Und ich glaube, das werden wir in den nächsten wenigen Jahren schon erleben. Und da bedeutet das eben auch, alle müssen mitspielen. Auch der Händler, ich habe es ja bei Edeka gekauft, die Flasche, die müssen alle mitspielen und alle ihre Daten eingeben. Bevor wir gleich mal darauf kommen, was für die Branche heißt. Der Kollege von BMW, der gerade vorhin auf dem Panel war, hat gesagt, dass auch innerhalb von den letzten drei Tagen man noch in der Lage wäre, relevante Änderungen an einem bestellten Modell zu machen. Er hat mit ganz freundlichen Worten die gesamte Branche eingeladen, hier mit dabei zu sein, auch beim Datenteilen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass in den Herzen von vielen, die da saßen, die Begeisterung über diese neue Möglichkeit der Zusammenarbeit so groß war. Da täusche ich mich. Naja gut, in dem Moment, wo Sie Wettbewerber miteinander haben, dann beschränkt sich das schon ein bisschen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben mal Datenströme verfolgt aus Faiz nach Deutschland zu einem großen Handelshaus. Die haben per Internet ausgeliefert. Und wir haben die gesamte Supply Chain sozusagen gemonitort. Aber was bedeutete das? Wir machen ja nicht alles selber. Ich brauche also Partner. Und das sind auch Wettbewerber. Die müssen ihre Daten zur Verfügung stellen in mein Netzwerk hinein, also mein elektronisches Netzwerk. Und da wird es natürlich dann schon schwieriger, alle zu dieser Bereitschaft zu finden. Insofern macht es ja vielleicht Sinn, ein neutrales Netzwerk zu finden, eine neutrale Informationshub zu gründen, wo alle dann einspeisen können. Also sobald Wettbewerber auf dem Tableau sind, wird es möglicherweise schwierig. Aber am Ende nutzt es nichts. Sie müssen alle mitspielen. Ist es nicht auch nicht nur der Wettbewerber, sondern generell Angst? Also Transparenz in den Prozessen wird gefordert. Durch die Daten und durch das Wissen, dass diese Daten im Prinzip jedem geben, bis hin zum Händler, der weiß, wann ein bestimmtes Stück bei ihm eintrifft und damit auch der Kunde, der es weiß. Diese Transparenz ist ein zentrales Merkmal der Zukunft. Aber das ist auch etwas, was, das wurde heute auch gesagt in einigen Vorträgen, Geschäftsmodelle angreift, was komplette Ideen, wie man sein Geschäft macht und Geld verdient, auf den Kopf stellt. Herrschaftswissen wird dabei zerstört. Ist das darum für viele aus der Branche keine Chance, sondern ein Problem? Naja gut, es verändern sich Geschäftsmodelle. Das ist offensichtlich. Es wurden heute Hotelplattformen genannt. Es wurden Uber-Taxifahrer genannt. Es wurden andere genannt. Und das ist klar, die Geschäftsmodelle ändern sich und der Einzelne muss sich anpassen und sehen, wo er sein Feld findet. Und das gibt natürlich Risiken, aber es gibt auch Chancen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich bin in einem großen Papiergroßhandel im Bord und wir haben auch eine Kuvertfabrik gehabt. Kuverts, Briefbuchbeschläge. Können Sie sich vorstellen, was damit passiert? Gibt es, ja. Und die können Sie sich jetzt schönreden oder denken, das kommt mal wieder. Es kommt nicht wieder. So, und dann müssen Sie es einfach aufgeben und sagen, gut, da muss ich andere Dinge tun. Ich kann nicht an alten Geschäftsmodellen hängen, wenn sie nicht mehr funktionieren. Und die gibt es eben. Dann gilt ja eigentlich der Kostolani-Satz, das Geld ist nicht weg, es hat nur jetzt jemand anders. Die Wertschöpfung ist nicht weg, die hat nur jetzt jemand anders. Kann man so sagen, wenn man das so scharf ausdrücken will. Man kann aber auch sagen, wenn man es frühzeitig erkennt, dass man eben mit dem Kunden mitgehen muss. Der Kunde orientiert sich ja anders. Der Kunde verzichtet ja nicht, in diesem Fall jetzt beispielsweise, auf seine Informationen. Also was gestaltet er, wie gestaltet er das? Und ich weiß, die Deutsche Post mit dem E-Brief, die versuchen auch dem Trend zu folgen und sich anzupassen. Also nur zu sagen, ich bleibe da, wo ich bin und der Kunde soll gefälligst meine Systeme weiter benutzen, das wird nicht vor der Volke Krön sein. Das bringt uns zu einer spannenden Frage, die ich Ihnen gleich stellen werde. Und zwar haben wir für alle unsere Gäste eine ganz besondere Frage. Die Marathon-Frage. Wenn Sie sich vorstellen, 42 Kilometer Marathon, das, was die Branche vor sich hat, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es kein Sport ist, um den es geht. Wo auf diesen 42 Kilometern würden Sie die Branche verorten? Wo sind die? Ich weiß ja nicht, was das Ziel sein soll. Wenn das Ziel sein soll, eine vollständige Digitalisierung, Industrie 4.0, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir bei Kilometer 10 sind. Nun ist aber Kilometer 10 und die restlichen 30 Kilometer nicht gleich lang. Also wohl in der Distanz, aber nicht in der Zeit. Ich will sagen, wir haben ja eine Acceleration of Time da, an der Stelle auf jeden Fall. Es wird sich beschleunigen. Das heißt, die nächsten 30 Kilometer werden wahrscheinlich nicht länger dauern als die ersten 10 Kilometer. Das ist der eine Teil meiner Antwort. Und der andere Teil wäre wirklich, dass wir sehen müssen, dass wir eine Plattform brauchen, die Daten miteinander zu verknüpfen. Und wir brauchen mehr vom Big Data. Wir müssen aber auch dann die Möglichkeiten haben, diese Daten alles zu erfassen. Auch das ist exponentiell das Wachstum. Das Datenwachstum ist einfach so. Und dann die Frage der Clouds, dass man Software benutzen kann, die ich selber gar nicht habe. Und dass alles das mehr verfügbar wird, dass wir zu einer deutlichen Beschleunigung und Verbesserung für alle Marktteilnehmer führen. Herr Werner, in dem Zusammenhang gibt es eine Frage, die mich sehr bewegt. Wir sind eigentlich die Mitbewerber, auf die die Branche gucken muss. Ich nenne mal zwei Namen, die immer gerne genannt werden, wissen wir alle. Der eine Name ist natürlich Google. Ist das ein Mitbewerber, die wissen, wie Daten geht. Und die andere Frage, was machen eigentlich Mediamarkt und Co., die ja, wie besser die Logistik wird, etwas verlieren, was sie bisher haben, nämlich, dass sie dem Kunden etwas direkt liefern können. Das kann die Logistik womöglich auch. Also gibt es da ganz neue Mitbewerber, auf die man sich einstellen muss? Mit Sicherheit gibt es die. Und Google und Apple und wie sie heißen, Amazon, sind natürlich starke Namen. Die sind auch stark in der Entwicklung und sehr innovativ und werden sicherlich die Branche, wenn sie die meinen, als Logistikbranche angreifen. Aber ich sehe das gar nicht so als angreifen. Es gibt auch neue Chancen und es gibt auch andere Teilnehmer, die dort mitspielen und mit denen zusammengewinnen. Auch da gilt für mich eben die hohe Anpassungsnotwendigkeit der bisherigen Marktteilnehmer. Und das Gleiche ist für den stationären Handel, den Sie gerade ansprechen. Die Elektronikbranche ist eine, aber gilt ja für viele andere. Keiner hätte geglaubt, dass jemals Schuhe im Internet gekauft werden. Hätten wir wahrscheinlich vor zehn Jahren beide Briefkisten von Champagner draufgesetzt, dass das nicht funktioniert. Sie kennen die Geschichte dieses Händlers, dass der die Schuhe gar nicht hatte, sondern sie selber zusammengekauft hat. Das weiß ich gar nicht. Aber jedenfalls, es war so, die Erwartung der Verbraucher ist komplett übertroffen worden. Und es hat sich eine Entwicklung ergeben, die auch da wahnsinnig beschleunigt wurde. Und jetzt kommt es darauf an, was macht der stationäre Handel? Wo sind seine Schwerpunkte? Wo ist sein USP? Und die reine Auslieferung, das heißt, der Verbraucher holt die Ware bei ihm im Shop ab, ist dann vielleicht nicht mehr der USP. Aber vielleicht ist es dann die Beratung. Aber vielleicht muss man die dann auch bewerten und faktorieren. Auf jeden Fall, Mediamarkt ist ein Beispiel. Die machen dann, wie andere auch, Multichannel. Gehen sie zu DM oder anderen. Alle haben natürlich inzwischen den Webshop entdeckt und machen dann Multichannel. Aber nochmals, Multichannel oder Webshop ist nicht Digitalisierung. Denn das hatten wir eigentlich schon bei Industrie 2.0. Ja. Und ich meine, die Läden, die die haben, zum Beispiel jetzt Amos, Quatsch, zum Beispiel Mediamarkt, haben die ja immer noch. Und die müssen ja überlegen, was machen wir damit. Könnten das die Hubs werden für die urbanen Logistik in Zukunft? Könnte das sowas sein? Das weiß ich nicht. Aber dann reden Sie ja wieder von Kaufhäusern eigentlich, die dann über das hinausgehen, was die heute haben. Das kann ich mir so nicht vorstellen, weil ich glaube, wenn Sie den Verbraucher an bestimmte Stellen locken wollen, dann brauchen Sie ein Kauferlebnis. Das müssen Sie darstellen. Oder einen echten Mehrwert. Das heißt, ein beratungsintensives Geschäft. Und das könnte bei Elektronik, ist es das für meine Begriffe, Sie brauchen Beratung, aber Sie müssen dann eben sehen, wo Sie eine Wertschöpfung hernehmen. Und Sie können nicht beraten und der Verbraucher geht aus dem Geschäft und bestellt dann doch im Internet und zwar bei jemandem einen Ansatz. Das funktioniert natürlich nicht. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke Ihnen. Ja, das war heute Morgen Christian Werner und er hat schon ein paar sehr klare Punkte gemacht. Ein Faktor ist natürlich das, was hier auch gefragt wurde von einem Zuschauer, nämlich die Frage, wie ist das eigentlich mit der Schummelei? Wie kann ich die Daten qualifizieren? Da muss man ganz klar sagen, auch hier wurde heute viel auch in den Gängen diskutiert. Wie machen wir Daten sicher? Wie sorgen wir dafür, dass die Daten eine gute Qualität haben? Denn wenn der gesamte Logistikprozess davon abhängt, also wirklich vom Produzenten bis zum Kunden oder vom Produzenten bis zum Weiterproduzenten, BMW war heute Morgen hier auf dem Panel, dann muss man sagen, ist das wirklich eine sehr kritische Frage. Also ja, es geht nicht darum, irgendwelche Daten durch die Gegend zu schicken, sondern auch qualifizierte, gute Daten. Da sind sich, glaube ich, auch hier alle einig und dazu gehört ganz ohne Frage auch das Thema Datenschutz und Datensicherheit und Datenqualität. Darüber werden wir gleich noch reden. Jetzt machen wir einen kurzen Break zum Luftholen in unserem Schwerpunkt Daten, denn es gibt natürlich auch anderes zu sehen. Wir haben zum Beispiel einen kleinen Roboter gesehen und junge Unternehmer, die hier auf der Messe für Aufsehen sorgen. Wir von Magazino sind ein Start-up aus München, haben mittlerweile 60 Mitarbeiter. Was wir machen, ist, wir bauen Roboter, Warnenot-gesteuerte Roboter für die Lagerlogistik, die das Ziel verfolgen, eben genau das einzelne Stück aus dem Lager zu kommissionieren und dann an der Verpackungsstation abzuliefern. In Zeiten von E-Commerce werden die Losgrößen immer kleiner und somit stehen Logistiker, wie beispielsweise unser Partner, die Firma Fiege, vor großen Herausforderungen. Und wir haben jetzt hier gemeinsam ein Projekt gestartet im Lager in Eppenbühnen, wo wir im Gleichmann-Shop Schuhkartons kommissionieren werden. Die Firma Fiege ist immer interessiert an innovativen, neuen Ideen, um die Intralogistik effizienter und schneller zu machen. Und wir sehen in dem Kommissionier-Roboter Toru von der Firma Magazino da eine sehr gute Möglichkeit, um das Lebensweise des Projekts mit voranzutreiben. Wir merken, dass die Branche eigentlich danach schreit, nach Innovation. Ich glaube, hier ist die Logistik noch etwas hinten dran und das spielt uns sehr, sehr in die Karte. Da können wir die Kunden mitnehmen, sie als innovativ präsentieren, aber auch selbst eben unseren Bekanntheitsgrad steigen. Also die Branche schreit geradezu nach Innovation, sagt der junge Unternehmer. Als wir ihn fragten, wie ist es denn eigentlich in der Zusammenarbeit zwischen einerseits dieser doch traditionellen und traditionsbewussten Branche und andererseits jungen, innovativen Unternehmen? Das war seine Antwort. Dazu übrigens, weil jetzt ein paar Mal die Frage gestellt wurde an verschiedenen Stellen, die Sache mit dem Schuh, weil wir auch gerade wieder Schuhe gesehen haben. Also die Geschichte des Schuhhändlers, die ich kenne, Amerika, man weiß nicht, ob die Geschichten immer alle stimmen, die da erzählt werden, aber die Geschichte ist wie folgt. Der fing an, indem er Schuhe anbot über einen Webshop, die er gar nicht hatte, vor allen Dingen in besonderen Größen. Und dann fuhr er quer durch den Bundesstaat, um die, die bestellt wurden, auch wirklich zusammen zu sammeln. Erst danach entstand daraus wirklich ein richtiger Schuhhändler, der auch etwas auf Lager hat sozusagen und Sachen wegschicken konnte. Und ob die Geschichte stimmt oder nicht, das kann ich jetzt nicht verbürgen, aber das ist eine der Innovationsgeschichten, zumindest aus dem Silicon Valley, die Sie dort erzählt bekommen, wenn Sie dort hinfahren. Die Innovationsgeschichten, die hier geschrieben werden, sind sicherlich ganz andere. Wir sind ja hier zu Gast in der Rio Lounge mit dem Rio Innovationsmagazin. Und Rio ist mit seiner Plattform, die ja für die ganze Branche da sein soll, natürlich ein wichtiger Datenaggregator und auch ein Datenveredler. Das will man auf jeden Fall sein. Aber wie geht man denn dort mit diesen Daten um unter dem Aspekt Datenschutz, Datensicherheit? Wie sorgt man dafür, dass nur die drankommen, die auch drankommen sollen? Und diese und andere Fragen habe ich heute Morgen im Interview Frank Tinschert gestellt. Er ist derjenige, der für Rio zuständig ist. Hören Sie, was er uns gesagt hat und dann überlegen Sie sich selbst, ob Sie dem Mann vertrauen. So, herzlich willkommen bei uns, nicht nur an die Zuschauer, die jetzt da sind, sondern herzlich willkommen an Frank Tinschert. Er ist der Vice President Telematics und Digital Solutions bei MAN Truck & Bus AG. Das ist im Grunde aber auch vor allen Dingen Rio, oder? Also wir sind zuständig für Digitalisierung und das ist natürlich Rio. Und beide Titel stimmen. Also ich bin zum einen zuständig für Sales und Marketing bei Rio, aber auch bei MAN. Jetzt ist ja eigentlich nicht ganz richtig, wenn ich begrüße, ich muss ja erstmal Danke sagen. Wir dürfen nämlich hier in der Rio Lounge sozusagen zu Gast sein bei den Kollegen. Da haben wir unser Studio aufgebaut, von hier aus senden wir und werden sehr gastfreundlich hier bewirtet, auch mit Eis. Hier gibt es auch Eis in der Lounge. Also insofern geht es uns eigentlich ziemlich gut. Danke Frank an Sie und an das Team, dass wir hier sein dürfen. Bevor wir jetzt auf das Spannungsfeld zwischen Datenschatz und Datenschutz kommen, und das wird unser Thema jetzt gleich sein. Gucken wir uns erstmal an, was genau ist eigentlich Rio und was macht Rio? Es ist eine einheitliche Plattform, die MAN gemeinsam mit Volkswagen Truck & Bus der Branche zur Verfügung stellt und eine offene Plattform, auf der auch Partner und sogar Mitbewerber ihre Services integrieren können. Ein System, das zur Optimierung der Logistikprozesse beitragen soll. Eine Idee, die die Branche revolutionieren könnte. Rio. Rio ist die neue Plattform für das gesamte Ökosystem Transport und Logistik. Rio basiert auf einem Cloud-Ansatz und auf dem BYOD, also Bring Your Own Device Prinzip. Und Rio sorgt dafür, dass die gesamte Logistik- und Transportbranche besser miteinander funktioniert und zusammenarbeitet. Alle Beteiligte der Lieferkette sind über ein einheitliches Informations- und Anwendungssystem miteinander vernetzt. Die Implementierung ist denkbar einfach. Rio ist eine herstellerunabhängige Marke. Also Rio funktioniert potenziell mit jedem Fahrzeug, auch in der Nachrüstung, auch sozusagen im Nachhinein. Und Rio ist ein Cloud-Service. Das heißt, ich nutze ihn und bezahle dafür die Nutzung. Ich brauche das nicht zu besitzen und ich brauche vor allen Dingen keine IT-Expertise, um es nutzen zu können. Und gerade das macht es auch für kleinere und mittlere Transportunternehmen interessant. Sämtliche Services werden über die Cloud zur Verfügung gestellt. Im Fahrzeug gibt es dafür eine Box, die kann auch nachgerüstet werden. Die wird ab Frühjahr 2017 serienmäßig mit jedem MAN-LKW ausgeliefert. Und ansonsten beziehe ich eben die einzelnen Leistungen und die einzelnen Apps aus einem App-Store, aus einem Marketplace. Und dieser Marketplace ist sowohl für Rio selbst, aber auch insbesondere für Partner offen. Und wir hoffen, dass es eine große Vielzahl von neuen Apps auch von Dritten gibt. Über die Apps kann jeder Kunde sein Dashboard auf seine individuellen Bedürfnisse anpassen und die kritischen Punkte seines Flottenbetriebes permanent im Blick behalten. So kann beispielsweise die Auslastung der LKW auf den vorhandenen Routen optimiert werden. Ja, das also ist Rio und Frank Tinschert ist jetzt bei mir. Er ist zuständig für Rio, für das Projekt Rio, für Digitalisierung generell in dem Bereich MAN Truck & Buses. Wie sieht es denn aus? Wir haben gerade gehört, das ist eine Cloud-Lösung. Das hört sich erstmal schön an, aber Cloud ist auch immer etwas, wo man dann sehr schnell denkt, Cloud ist auch weg. Das heißt, das ist so eine Sache, wo die Leute auch Angst haben. Wie sieht es mit Sicherheit aus bei einem System, in dem sich ja auch zum Beispiel andere beteiligen können, China, Russland? Wie sicher sind die Daten eines Spediteurs, die er in ihr System hineingebt? Das ist natürlich ganz richtig. Also eine Cloud-Lösung hat sehr große Vorteile, dass man quasi Daten sehr leicht teilen kann, ohne große IT-Infrastrukturprojekte. Auf der anderen Seite muss natürlich sichergestellt werden, dass die Daten, die geteilt werden, auch nur denen zur Verfügung gestellt werden, denen sie gehören. Und wir haben also vor diesem Hintergrund natürlich bei Rio die Plattform entsprechend entwickelt, dass sie den neuesten Sicherheitsstandards entspricht. Aber gleichzeitig ist auch erlaubt, der Kunde, der Daten bereitstellt, und es ist ganz klar, dass diese Kunden immer unserem Kunden gehören, dass der quasi selber die Hoheit darüber hat, welche Daten er teilen möchte und natürlich auch, welche Daten er im Gesamtlogistikprozess teilen muss, damit er Teil der digitalen Welt ist. Also es ist ein bisschen eine Gratwanderung, aber natürlich ist die Sicherheit ganz entscheidend. Jetzt Hand aufs Herz. Ist die Branche denn eigentlich überhaupt bereit, Daten zu teilen? Ich habe schon gesagt, Datenschatz auf der einen Seite, Datenschutz auf der anderen. Mögen die Dinge auch anderen geben, die dann auch davon profitieren? Oder sagt die Branche, meine Daten gehören mir und fertig? Naja, da ist so ein bisschen ein Mentalitätswandel im Moment unterwegs. Jeder möchte natürlich seine Daten ausschließlich für sich selber eigentlich nutzen. Gleichzeitig bedeutet aber Digitalisierung und die Vernetzung der globalen Supply Chain, dass man zu einem gewissen Maß eben auch Daten miteinander teilen muss, damit man in der gesamten Logistik quasi die Datenübergänge, die Informationsübergänge, wann Sendungen an wen verschickt werden, wann die Lieferung ankommt, vorausschauend auch an andere Partner übergeben kann. Jeder ist ja nur Teil einer Logistikkette, er übernimmt Verantwortung für einen Teil des Transportes und dementsprechend ist es natürlich wieder so, dass diese Daten einfach in einer digitalen Welt auch zum Teil geteilt werden müssen, aber vor diesem Hintergrund need to know. Nur der, der sie wissen soll, darf sie dann auch bekommen. Die Auswertung kann ja sicherlich erst durch die Vielfalt der Anbieter wirklich spannend und interessant werden. Also möglichst viele sollen mitmachen. Dann gibt es einen echten Mehrwert. Wie sieht das denn aus bei Unternehmen, die jetzt zum Beispiel sich spezialisiert haben auf Lagerhaltung, auf Tankreinigung? Brauchen die das noch? Haben die nicht schon Lösungen? Und warum sollten die mitmachen? Also das ist ja gerade eines der Grundkonzepte der Rio-Plattform, die von vornherein für offene Integration gestaltet wurde, wo Daten eben nicht nur geteilt werden, sondern auch durch die Verknüpfung mit anderen Daten aus anderen Quellen miteinander aufbereitet werden, sodass aus dem Veredelungsprozess Handlungsempfehlungen sich ableiten lassen. Und das eben nicht nur für diejenigen, sondern auch ganz individuell für diejenigen, die, was Sie angesprochen hatten, in einer bestimmten Branchenlösung auch wieder weitere eigene Wertschöpfungsketten daraus erschließen können. Und das Spannende dabei ist eigentlich, dass diese Daten dann auch ganz gezielt für die eigenen operativen Entscheidungsprozesse genutzt werden können. Wir sehen jetzt ein paar Bilder. Hier auf der IAA war das, da wurde IAA-Nutzfahrzeug über der Rio auch präsentiert, war recht gefragt. Wir haben schon darüber gesprochen, die Daten sollen sicher sein, auch wenn andere Länder dabei sind. Aber es geht auch zum Beispiel um die Fahrdaten bei den Strafverfolgungsbehörden. Wie sieht es denn da aus? Welche Vorkehrungen haben Sie getroffen, um eine Offenlegung von Daten Dritter überhaupt zu verhindern? Gut, man ist natürlich dort immer im Spannungsfeld. Also wenn Straftaten vorliegen, dann wird sicherlich per Gerichtsbeschluss ein Zugriff auf bestimmte Daten erfolgen, je nachdem, was in den jeweiligen Ländern dort opportun ist. Aber das gilt dann natürlich auch entsprechend nur, wenn solche Regularien vorliegen. Ansonsten sind die Daten für niemand zugänglich. Insbesondere natürlich nicht solche Daten, die sehr stark auch fahrzeug- oder auftragsbezogen oder personenbezogen sind. Das muss ja ganz klar sichergestellt sein, dass die Privathaten sind. Wie behandeln Sie generell das Thema Datenschutz? Also wie wollen Sie konkret sicherstellen, dass die Daten, die Sie bekommen, Eigentum der Firmen bleiben, die Sie geliefert haben? Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Das erste Thema dabei ist Transparenz. Wir stellen unseren Kunden eine Plattform zur Verfügung, wo sie bei Rio selber entscheiden können, welche Teile der Daten sie dann eben auch mit anderen teilen wollen. Und es wird Funktionen dabei auf der Plattform geben, die ganz gezielt es erlauben, bestimmte Themen abzuschalten, die aber auch gleichzeitig dann natürlich in der Konsequenz bedeuten, und das wird dem Kunden auch visualisiert, welche Teile von bestimmten Services dann eben nicht mehr so funktionieren. Wenn Sie eine Sendungsverfolgung haben und die Sendung ist in einem Container und Sie wollen diese bestimmten Containerdaten dann nicht teilen, dann werden Sie natürlich auch eine Sendungsverfolgung für Ihre Kunden nicht darstellen können. Also das ist so ein bisschen die Balance, aber der wichtigste Punkt ist, wir erfüllen sämtliche Datenschutzstandards von 2016. Wir tun alles dafür, dass diese Daten eben so sicher sind und wir geben Transparenz bei Rio für den Kunden, dass er selber entscheiden kann, was er teilen möchte. Aber in einer digitalen Welt muss ich eben auch bereit sein, etwas zu teilen, weil sonst funktioniert eine globale digitale Supply Chain auch nicht. Wie war denn die Resonanz zum Beispiel auf der IA-Nutzfahrzeuge, als Sie das vorgestellt haben? War da viel Skepsis oder war da doch eher Euphorie oder war das ein No-Lens-Wohlens? Wir müssen ja, also machen wir mit. Man hat unterschiedliche Reaktionen gesehen. Also es ist ganz klar, dass heutzutage jeder, der mit Transport und Logistik zu tun hat, etwas von Industrie 4.0, von Smart Factories und ähnlichen Dingen gehört hat und sich dort auch einbringen muss. Und gerade kleine und mittelständische Unternehmen haben ja heutzutage das Problem, dass sie sich große IT-Projekte gar nicht leisten können. Und dementsprechend ist die Brio-Plattform dafür geschaffen worden, dass man daran teilnehmen kann. Das ist natürlich eine Chance für Unternehmen, auch dort gerade auch umsatzsteigernd aktiv zu werden und gleichzeitig auch überhaupt ein Teil einer digitalen Supply Chain zu sein. Und das ist für kleine und mittelständische Unternehmen für die Zukunft, und das haben eigentlich auch die meisten im Feedback gegeben, existenziell. Dann sage ich erstmal vielen herzlichen Dank, Frank Tinschert. Wünsche einen erfolgreichen Kongress und natürlich viel Erfolg auch mit Rio. Dankeschön und auch danke dafür, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Dankeschön, Herr Spannik. Hat mich sehr gefreut. Danke. So, ich habe jetzt hier einen Live-Gast neben mir sitzen. Das ist Gerhard Gerritsen. Er ist stellvertretender Geschäftsführer der Messe München. Wir wollen uns dann gleich ein bisschen über die Transport-Logistik unterhalten und wie die sich ausrichtet auf Basis dieser neuen Dinge. Wie ging es Ihnen heute so Vormittag? Sie waren schon seit morgens da? Ja, ich bin gestern Abend schon gekommen und es ist sehr viel los. Es ist richtig spannend hier. Mir gefällt der Kongress sehr gut. Was ist Ihr Gefühl von der Stimmung in der Branche? Ich habe den Eindruck, dass die Stimmung generell nicht schlecht ist, obwohl es einzelne Branchensegmente gibt, denen es nicht so gut geht wie anderen. Ja, da sind wir mal gespannt. Wir werden da gleich noch ein bisschen drüber reden. Wenn Sie sich übrigens wundern, warum ich hier und da nach unten gucke. Es hat damit zu tun, dass hier unten der Rechner steht. Da sind all die Sachen drauf, die Sie sehen und die verschiedenen Kameraeinstellungen. Das ist im Radio, haben wir früher gesagt, ein Selbstfahrerstudio. Das ist also ein PC, von dem aus ich diese Sendung dann mehr oder weniger alleine steuere. Natürlich haben eine Reihe von Kollegen dazu geholfen, dass sie die Filme und diese ganzen Dinge hatten. An die schon mal hier an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Und einer unserer Partner bei diesem Format ist Toll Collect, der Betreiber des deutschen Maut-Systems. Und die haben uns unterstützt bei diesem Format. Und natürlich wollen wir auch mal ein bisschen was hören, denn da gibt es Neuigkeiten, und zwar zu dem Thema Maut. Die wird ausgeweitet und wir haben für Sie die aktuelle Information zu dem Thema, gerade für die Kollegen von der Straße, denn die betrifft es ja, hier mal zusammengestellt. Die Bundesregierung plant die Ausweitung der Lkw-Maut auf weitere 40.000 Kilometer Bundesstraßen. Durch die Erweiterung wird zukünftig auf insgesamt rund 55.000 Kilometer Straßen in Deutschland die Gebühr erhoben. Das satellitengestützte Maut-System bietet für eine derartig große Erweiterung die besten Voraussetzungen. Oder anders ausgedrückt, es ist skalierbar. Um ein derart großes Netz effizient, flexibel und sicher managen zu können, bedarf es einer Weiterentwicklung des Maut-Systems. Und das, ohne für die Kunden einen Mehraufwand zu schaffen. Kunden, die heute schon am automatischen Maut-System teilnehmen, werden zukünftig natürlich ihre Onboard-Unit weiterverwenden können, ohne vorher in eine Werkstatt fahren zu müssen. Für die Kontrolle auf den Bundesstraßen wird die Technik ebenfalls weiterentwickelt. Hier kommen zukünftig Kontrollsäulen zum Einsatz. Die Säulen unterscheiden sich von der Infrastruktur für die Geschwindigkeitsmessungen der Polizei sehr deutlich. Sie sind fast vier Meter hoch und blau-grün gekennzeichnet. Im automatischen System bleiben die Abläufe für die Kunden wie gehabt. Die bisher eingebauten OBUs können weiterverwendet werden. Auch zukünftig gilt, die Mauterhebung über die OBU ist der komfortabelste Weg, die Maut zu bezahlen. Neben der Einbuchung über das Internet und die Mautstellen-Terminals wird es zukünftig auch eine mobile App geben. So können sich die Fahrer einfach und direkt über Smartphone oder Tablet einbuchen. Das heutige Mautstellen-Netz wird durch 1100 moderne Mautstellen-Terminals an ca. 800 Standorten ersetzt. Also, das sind die Neuigkeiten rund um die Maut. Jetzt, Herr Gerritzen, wollen wir beide uns ein bisschen unterhalten. Also, die Messe München, die Transportlogistik, ist eine ganz wichtige Messe für die Branche. Bleiben Sie ruhig ein bisschen näher zu mir, damit Sie mir nicht aus dem Bild fallen. Was erwartet die Messe hier an Entwicklungen durch das, was sich an Neuem tut? Nicht zuletzt auch aus der Erfahrung mit anderen Messen und mit anderen Branchen. Ja, die Transportlogistik ist die größte Branchenmesse weltweit. Sie ist in erster Linie ein internationaler Platz, wo sich Anbieter und Nachfrager treffen können. Auf der Messe spielt natürlich das Thema Digitalisierung eine Riesenrolle, insbesondere im Rahmenprogramm. Ich denke aber auch in den Angeboten, die die Firmen auf der Messe präsentieren werden. Wenn Sie sagen, spielt eine Riesenrolle, heißt es, das wird alleine passieren? Oder was wird die Messe konkret tun, dass es sich sozusagen verändert, dass sich da was tut? Was werden die Angebote sein wahrscheinlich? Also, zum einen passiert es ohne unser Zutun. Also, die Messegesellschaft stößt nicht die Digitalisierung in der Logistik an, sondern das passiert von selber. Was Sie aber auf der Messe sehen werden, ist, dass die Digitalisierung insbesondere im Rahmenprogramm eine große Rolle spielt. Das fängt an mit der Eröffnungsveranstaltung. Dort wird es eine Diskussionsrunde geben unter dem Thema E-Mobility, E-Commerce, E-Next. Neue Visionen für die Logistik. Wir erwarten dort auch hochkarätige Vertreter, die mit uns diskutieren. Unter anderem den Logistikchef Deutschland von Amazon Logistics und den LKW-Chef von Daimler. Also, es wird eine spannende Veranstaltung werden. Sie haben ja im Vorfeld, im Vorgespräch gesagt, dass Sie erwarten, dass auch auf Basis der Erfahrung mit anderen Branchen, anderen Messen, dass die Digitalisierung viel schneller kommt, als die Branche erwartet. Was meinen Sie damit? Was heißt viel schneller? Ja, wir haben es in einem der vorherigen Beiträge sehr deutlich gezeigt bekommen. Die ersten 10 Kilometer werden so lange gedauert haben, wie die nächsten 30, die kommen. Damit ist alles gesagt. Und Digitalisierung ist ja nicht nur ein Thema für die Logistik. Das ist ja ein Thema für fast alle Industrien. Und in den Industrien, die hier Vorreiter sind, hat man gesehen, wie schnell Umwälzungen kommen und dass die Veränderung sehr viel schneller geht, als gemeinhin erwartet wird. Zur Logistikbranche muss man ja auch sehen, dass sie total heterogen ist. Wir haben Läger und es sind nicht sehr wenige, die komplett manuell betrieben werden, in denen der Barcode noch unbekannt ist, bis zu Lägern, die komplett automatisiert betrieben werden. Und in einigen Branchen sind die Prozesse auch schon autonom. Das heißt, die Logistik bietet die komplette Bandbreite von der ganz alten Logistik bis zu der Logistik von morgen. Sie haben es selber schon herausgefordert, also kriegen Sie natürlich auch unsere besondere Frage. Die Marathonfrage an Gerritzen, stellvertretende Geschäftsführer der Messe München, Herr Gerritzen. Auf einem Marathon, 42 Kilometer, wo, glauben Sie, steht die Branche in etwa? Ich glaube, dass es Segmente der Branche gibt, die auf Kilometer 1 oder 2 stehen. Es gibt Segmente, die auf Kilometer 10 oder 15 stehen. In die Zukunft kann niemand gucken. Das ist ja keine Glas. Wir haben ja keine Glaskugel, die uns das zeigt. Aber ich glaube, dass wir noch Entwicklungen sehen können, die heute fast jeder für sehr unwahrscheinlich hält. Auch Sie denken, es ist eher das erste Drittel, wo die Branche steht und nicht weiter hinten schon. Genau so ist es. Was können Sie denn tun, um sozusagen, naja, Pausenstation beim Marathon, Ausrüstermarathon, also kurz und gut Unterstützer und Helfer sein? Was kann die Messe konkret machen? Die Messe ist eine hervorragende Plattform, wo sich auf der einen Seite Anbieter und Nachfrager treffen, andererseits aber auch die Politik präsent ist, die Medien präsent sind. Und von daher hat die Messe schon in der Diskussion zumindest die Chance, einen Katalysator darzustellen und Themen nach vorne zu bringen, Bewusstsein zu schaffen. Wir haben ein Riesenrahmenprogramm, in dem man sich über die neuesten Trends informieren kann. Also die Messe ist, glaube ich, für viele Player in der Branche hier auch ein wichtiges Medium, Informationen zu generieren, die man ansonsten so nicht kriegt. Und gerade auch im persönlichen Kontakt, im persönlichen Gespräch. Man kann im Internet auch Vorträge sich anschauen, aber die Diskussion mit dem Referenten vor Ort hat dann nochmal eine andere Dimension. Das heißt, ich verstehe Sie richtig, Sie wollen noch mehr Plattform sein, damit die Branche überhaupt erstmal zusammenfindet, weil es momentan nicht so sehr ums Ausstellen von neuen Lösungen geht, sondern halt auch sehr stark darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, oder? Die Transportlogistik ist wie sämtliche Messen in dem Bereich in erster Linie auch eine Netzwerkerplattform. Im Gegensatz zu anderen Messen, die wir machen, wie in der Bauma, wo konkrete Geräte, Maschinen gezeigt werden, die man auch anfassen kann, auf den Bagger kann man draufklettern, haben wir diese Situation in der Logistik nicht. Eine Dienstleistung ist so nicht haptisch greifbar und von daher ist die Messe in erster Linie ein Meeting Point, wo Ideen ausgetauscht werden, wo man den Kunden abholt. Das ist der Fall. Haben Sie mit dem Blick auf Digitalisierung schon ein, zwei konkrete Ideen für die Veranstaltung, wo Sie sagen, das würden wir gerne machen, wo Sie vielleicht auch Unterstützung von der Branche brauchen, sagen, das wäre super, wenn ihr da mitmacht? Also es sind verschiedene Themen bereits in der Pipeline. Der Bitkom wird im Rahmenprogramm beteiligt werden. DSLV plant zum Thema Digitalisierung einen Programmpunkt. Im Air Cargo-Bereich werden wir das Thema aufgreifen. Also Sie werden auf der Transportlogistik in jeder Halle über Digitalisierung stolpern. Wie geht es in der Messe so als Betroffener der Digitalisierung? Sie sind ja nicht nur jemand, der Sie beobachten in anderen Branchen, sondern auch für sich selbst spürt. Was verändert sich denn da? Ja, wir sind auch mitten im Prozess, wobei man sagen muss, vor 20 Jahren, als das Internet aufkam, hat man den Messen den Tod vorhergesagt und gesagt, es wird ersetzt über digitale Messen. Das ist bislang ausgeblieben. Nichtsdestotrotz ist Digitalisierung für uns auch eine Chance, insbesondere unter zwei Aspekten. Einmal unter dem Aspekt, unsere Geschäftsprozesse alle zu digitalisieren. Das ist das Pflichtprogramm. Das Kürprogramm besteht daraus und das ist sehr komplex, zu schauen, über welche Daten verfügt man, wie kann man aus den Daten einen Mehrwert für die Kunden schaffen und idealerweise damit auch noch Geld verdienen. Habe ich es richtig im Kopf, dass ich gehört habe, dass es einen eigenen Geschäftsbereich für Digitalität geben wird? Ja, wir haben jetzt entschieden, einen eigenen Geschäftsbereich für digitale Services aufzustellen und dort unsere bestehenden Angebote zu bündeln, aber auch neue Angebote zu entwickeln. Sie haben schon gesagt, Amazon wird da sein. Wie ist es denn mit neuen Playern wie Google und Co.? Sprechen Sie die an, damit die auch kommen? Laden Sie die ein zu Vorträgen? Was tun Sie als Messe? Wir sprechen diese Unternehmen gezielt an und hoffen auch, dass wir neben Amazon noch andere Unternehmen auf der Messe haben, die die Branche ein bisschen aufmischen. Na, dann sind wir mal gespannt, ob das klappt. Ich wünsche der Transport, Logistik und der Branche natürlich auch viel Erfolg. Bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Morgen Mittag, glaube ich, geht es für Sie wieder zurück Richtung Heimat. Da muss Messe gemacht werden. Das war es von unserer Seite hier mit dieser ersten Ausgabe von dem Rio Innovationsmagazin hier vom 33. Deutschen Logistik-Kongress. Ich hoffe, dass wir Sie ein bisschen unterhalten und informieren konnten zu den Dingen. Draußen winken mir schon Menschen. Ich winke zurück, aber ich gehe jetzt auch gleich raus, werde mit denen ein Bier trinken, weil eins es war, so ein bisschen direkt vernetzen hat auch immer noch was Schönes. Das kann man hier ganz gut machen. Und damit Sie nicht denken, wir sind die Einzigen, die sich sozusagen hier unterhalten. Nein, es wird überall geredet. Unter anderem wird auch getwittert. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Morgen früh um 9 Uhr kommen wir mit unserem Morning Talk irgendwie mit zwei Experten. Das heißt, da werden wir mit zwei Experten über den vergangenen Kongresstag und den kommenden Kongresstag sprechen. Und morgen um 16 Uhr gibt es dann wieder ein Rio Innovationsmagazin. Also, wenn Sie Lust und Laune haben, schalten Sie wieder ein und hier noch ein paar Tweets des heutigen Tages. Einfach so aus Twitter rausgefischt, wie ein Algorithmus das eben so macht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. 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 Danke fürs Zuschauen.